wir machen heute ragout a la bolognese ich schaue heute immer dass man relativ alte rezepte beziehungsweise den ursprungs des gerichtes hat und so machen wir das heute und natürlich gibt es zum schluss der rezept dazu viel spaß beim anschauen und peace meine freundin unsere zutaten rinderhackfleisch schweinehackfleisch öl zum anbraten milch wasser pancetta schinken salz pfeffer zellerie stangen tomatenmark karotten zwiebeln und die nudeln schneiden als erstes unsere zutaten pancetta schinken da brauchen wir nicht alles wir brauchen nur 100 gramm wir tun jetzt erstmal die schwarze runter wenn es fett heiß ist tun wir unseren pancetta schinken rein und zünsten ihn glasig wenn unsere pancetta angebraten ist geben wir uns die zwiebeln und unseren sellen dazu würzen das ein bisschen mit salz und braten das auch mit an nach circa einer minute geben wir unsere karotten dazu und dünsten die auch mit an als nächstes habe ich das schweinefleisch reingeschmissen das lassen wir jetzt ein bisschen mit anbraten wenn wir das schweinefleisch anbraten haben geben wir das restliche also das rindfleisch dazu und braten das auch noch mit an wenn wir unser hackfleisch angebraten haben und unsere klumpen raus geschneebesend haben geben wir unser tomatenmack dazu braten das an nicht zu krass anbraten sonst wird es bitter und wir geben schweinefleisch anbraten schon mal pfeffer dazu dass wir den nicht vergessen so ein bisschen was natürlich abschmecken dann zum schluss immer noch mit salz pfeffer was fehlt wenn wir unser tomatenmack anbraten haben läschen wir das mit ein bisschen sahne ab äh mit ein bisschen sahne mit milch läschen das ab und füllen das mit bisschen wasser auf dass das leicht bedeckt ist und dann lassen wir das ca 2 stunden auf kleiner hitze äh köchel immer wieder mal umrühren hier haben wir unser ergebnis unsere ragout a la bolognese ein traum wieder ich hoffe es hat euch spaß gemacht das anzuschauen ich bedanke mich ganz herzlich fürs anschauen viel spaß beim nachkochen das rezept kommt jetzt natürlich und ja genau genießt es macht es gut bis meine freunde Untertitelung. BR 2018